Wir sind auf dem Weg zu größtes Problem der Welt, oder wie ist das? Mutter aller Probleme, so geht's, um die eine Spezialistin nachzukriegen. Ja, lassen wir mal gucken, worum es da geht. Ich habe keine Ahnung, schon markiert. Laufen wir mal hin. Weiß gar nicht, wer ist eigentlich mit dabei? Wir können ja mal Herb mitnehmen, der nervt zwar tierisch, der labert so viel. Ja, nice, mein Freund. Will der nicht, oder was? Der braucht vielleicht ein bisschen, bis er da ist. Okay, Keule. So, der kommt dann vielleicht irgendwann. Schauen wir mal. Laufen wir hin. Derby Arena, ich habe keine Ahnung, ist das das mit der Brücke, oder was? Jupp, das ist das da hinten mit der Brücke. Okay, mhm. Okay, wie komme ich da hin? Muss ich rüberschwimmen, oder was? Schwimmen? Ich hätte mir ja auch eine Karre holen können. Wir haben eine Karre in der Nähe. Äh, das ist ein Fisch. Nein, wir müssen rüberschwimmen. Oder ich gehe da drüben, über die Brücke, und dann rüber. Kann ich auch machen. Das ist jetzt auch nicht so ein Riesenunweg. Ich habe keine Ahnung, was da gibt. Mutter, Alter, Probleme hört sich jetzt nicht so vertrauenserweckend an. Ja, mal gucken. So, alles gut für die Outsteuer. Was ist denn mit Herc? Kommt der jetzt mal, oder? Hercie Boyer, komm. Da kommt der, der ist auch eine Karre. Scherzschützen-Nest, okay? Wir müssen irgendwie rumballern. Scherzschützen-Nest. Töte Ginas Gegner, okay. Ich habe natürlich keine Scherzschützen-Hare dabei. Was für ein Mist. Okay. Scherzschützen machen richtig Schaden, Keule. Nicht treffen. Ist es das, was sie von mir wollen? Ich glaube nicht, oder? Scherzschützen da hinten. Da oben geht es. Die Brücke ist kaputt. Ich glaube, du bist eine falsche Nervöse, Kumpel. Oh. Oh, nice. Okay. Oh. Gibt es denn Scherzschützen-Nest? Ah, okay. Oh, der Mann, der ist da drin. Okay. Kaputt. Okay, wen haben wir noch? Irgendwas zu sehen? Okay, der hat schon ein bisschen was abgekriegt. Alter, geh doch mal da weg. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, den haben wir auch irgendwie weg. Aber das sind ja nicht alle, ne? Oh. Okay. Alter, dann nennst du mich immer Keule, oder was? Oder was? Ich sehe hier niemanden. Oh. Ich glaube, ich sollte auch mal nach unten gehen, oder? So ein Grueser, das sie hier einfach nicht haben. Okay, komm. Ich komme, wenn ich ankomme. Ich komme runter. Ich bin der Haukahn, das lässt einmal nicht aufscroren. Und er lässt uns richtig krass episch aussehen. Da ist leider von den Wichern! Das ist leider von der Wichern! Oh, wen haben wir denn noch? Nehmen wir sie? Okay, hier ist der andere Smartphone. Oh, jetzt kann ich das herstellen, sehr gut. Da kommt sie noch, woher wir da drüben noch entstehen? Oh, beide Schrauben, okay, gut. Hmm. Wo denn, da drüben muss nur einer sein, irgendwo, da drüben. So, dann wollen wir Gina sprechen, oder? Alter! So natürlich nicht. Was ist los? Na, ist klar. Nichts. Pass auf, ich weiß, dieses Rennen kann man nicht gewinnen. Deswegen wollte ich es ja gewinnen. Aber, danke. Vermutlich hast du mein Leben gerettet, oder so. Ich hab's nicht so mit Entschuldigung. Bin dir nicht böse. Ich wollte nur ein paar Frassen meinen Siegerstempel aufdrücken. Uh, da kommen noch ein paar. Das haben wir nie abgekartet. Müssen die mir auch noch so eine scheiß Karre geben? Toll gemacht, Dumpfbacke. Was zappelt der hier rum? Ha, 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 ha. Das ist so geil. Nice. So, was... Reden? Reden ist nichts. Hat der jetzt mal eine Knarre da oben geklaut, oder was? So, mit Mom noch mal reden. Komm, mach doch mal Platz. Wir wollen es graben! So, also, lass uns noch mal in Ruhe sprechen. Also, ich mach die Scheiße mit den Zwillingen jetzt schon ein paar Jahre mit. Ich hab meinen Mund gehalten. Hab getan, was ich sollte. Alles, was ich wollte, war, dass die Kackbratzen mein Baby in Ruhe lassen. Und was haben die gemacht? Die wollten mir mein Kind wegnehmen und mich in ihrem Scheiß-Todesrennen draufgehen lassen. Solange es die Zwillinge gibt, wird mein Kind nicht sicher sein. Die Highwaymen werden für alles büßen, was sie mir angetan haben. Du bist okay. Gib einfach Bescheid, wenn du mal Hilfe brauchst. Alles klar. Nice. So, G haben wir jetzt arg am Start. Hark, der Vogel. Hat der irgendwas gemacht hier, der Freund? Null Kills. Nice, mein Freund. Das hast du ja richtig gut gemacht. So, jetzt interessiert mich er hier aber noch. Weil Judge kriegt man wohl erst, wenn man da hinten diese New Eden Nummer gemacht hat. Das hab ich aber noch nicht fertig. Ich hab hier irgendwie zwischendurch... Ist das hier oben ja, ne? Da, das Ding. Oder noch ein weiter. Ich hab hier irgendwo... Wo war das? Hier diese... Ich sag schon, den Außenposten gemacht auf der Insel. Na, na, auch mal hier. Haben wir uns das angemacht. Das müssten wir jetzt eigentlich mal klarkriegen. Dazu beam ich mich hier rüber. So, und jetzt könnten wir uns mal ein schönes Boot suchen. Ja, na, ein Boot haben wir eigentlich. Achso, und wir könnten auch vielleicht mal... Moom uns besorgen. Oh, Moom uns von VL sehr nice. Okay. Wer sieht hier ein Boot? Alter, habt ihr kein Boot für mich? Doch, da in der Mitte. Irgendwo muss hier ein Boot liegen. Wer sieht's? Ich seh's nicht. Boot? Flatschi! Vielleicht auf der anderen Seite. Wo ist das krasse Boot eigentlich? Wird wahnsinnig. Soll auch hier irgendwo sein, oder? Wow, was für Riesenfische. Ups, ich wollte eigentlich hier das Zeug nehmen. Alter, was für Fische. Und da hinten ist auf jeden Fall ein Boot, aber nicht das, was ich gesucht hab. Wollt ihr mich verarschen? Wo ist das? In der Mitte, soll das sein? Achso, kann ich mal ins Heer beamen, oder? Okay, sorry. Weiß gar nicht, ob ich eins hab. Ähm... Ja, ist ja gut. Lass mal kurz gucken. Da drüben noch. Kann ich mir eins herholen. Okay. Ob der eins hat, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich voll das öde Schlauchboot. Mal gucken. Boote. Hm, muss ich mir eins basteln, oder was? Alter. Im Besitz. Achso, das ist die Karre von, äh... Ja, ich erinnere mich. Ich will ein schönes Schlauchboot. Was kostet das? Das habe ich. So. Und dann... Oh, wir hätten jetzt nicht so ein geiles Schlauchboot hier bauen können. Hab ich natürlich nicht. Okay, gut. Aber... Ist das jetzt hier? Ich hab's nur gebaut, ne? Okay. Muss ich kurz mal herholen. Ähm... Bitte liefern. Jupp. So. Wo ist es? Da ist es. Guck mal. Nice Schlauchboot. So. Hm, wer kommt mit? Fragt, oder was? Lucky Boy, wir wollen halt da hinten rein. Ah, Mist! Was soll das in der Weg wo aus dem Herd? Ach, scheiße, auch. Was geht's? Oh, Alter. 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 Hau den weg. Hau den weg, den Vogel. Oh, Junge. Ja, fast. Yes. Nice. Achso, aber rückwärts kommen wir jetzt nicht raus, ne? Okay, wir müssen erst mal das Ding wieder anschubsen. Komm jetzt. Raus. Das sollte reichen, oder? Noch einen. So, herr, komm, wir müssen weiter. Kannst du einsteigen? Okay, das reicht noch nicht, ne? Der Kabel kann ja noch nicht fahren. Nochmal drücken. Lass dich drücken, Junge. Oh, shit. Jetzt wird das hier gestrandet. So, komm rein. Ah, geht das. Okay. Ja. Ja. Das ist gut hier. So, man konnte doch locker vorfahren, ne? War das denn so? Ja. Da liegen noch herr, Boote. So. Ich glaub hier ist ganz gut, oder? Ja. Ja. Ist nur klares Wasser. Alles gut. So. Hier kommen wir jetzt rein. Nochmal anklopfen. Das mal geht's auf. Nice. Das mal geht's auf. Das mal geht's auf. Folge dem Judge. Okay, Judgey Boy. Okay, Judgey Boy. Wenn sie das Feuer entzündet, brauchen wir das Datrament vorzustellen. Das Buch wurde gefunden. Das Buch. Sie bringen das Buch zu Yves. So, Judgey, wo geht's denn hin? Hier rein. Okay. Okay, gehen wir rein. Ah, den kennen wir doch. Wenn du den alten Mann sprechen willst. Nun. Also, hast du das Buch? Weißt du, was das ist? Das Wort Josephs. Seine Lehren. Seine Führung. Seine Weisheit. Und sein Wahnsinn. Ich habe überall danach gesucht. Joseph sagte, dass derjenige, der es findet, von Gott zum Herrscher, von Eden erwählt wird. Und du bringst es uns zurück. Nicht ich. An mich haben sie sich gewandt, als er Richtung Norden verschwand. Ich war es, der die Familie zusammengehalten hat. Mich weckten sie zum Anführer. Ich habe sie vor den Heuschrecken und den Schlangen beschützt. Ich habe uns alle hinter diesen Mauern am Leben gehalten. Nicht der alte Mann. Ich. Ey. Vater wollte ein Paradies erschaffen, aber als es schwierig wurde, liefert davon. Du kamst, um ihn um Hilfe zu bitten. Aber Joseph ist tot. Niemand hier möchte es zugeben, aber es ist die Wahrheit. Unsere Familie glaubt immer noch an ihn und wird nicht aufhören, an ihn zu glauben. Bis sie endlich alle verstehen, dass er nicht der Messias war. Er war nur ein Mensch. Sie müssen es selbst sehen. Bring mir einen Beweis für seinen Tod. Dann helfe ich euch. Aber New Eden wird nicht zulassen, dass du nach Norden ziehst, bevor du die Flamme entzündet und dich als würdig erwiesen hast. Autschi. Alle kennen das Zeichen. Sie werden dich zur Flamme führen. Ja gut. So, Ethan. Alles klar. Hi, Leute. Hm. Das ist gut. Okay. Okay. Ja. Verstehe, verstehe. Ich geh immer da hinten hin. Nicht so lang schnecken. Ich auch. Was haben wir hier? Brauch ich. Kann ich rein? Hm. So wurde es gezeichnet. Ethan hat dich als eine gezeichnet, die die Flamme des neuen Edens erneut entzünden will. Die Banditen, die uns das Land abgenommen haben, haben sie gelöscht. Sie befindet sich am Fuße der gefallenen Statue von Joseph, die ein Sünder vor vielen Jahren zum Einsturz brachte. Dort ist eine Gruppe Auserwählter. Sie werden dir helfen. Die Maskierten sind da frisch und sich, wenn sie meinen, wir kämpfen nicht, weil sie in Frieden liegen. Wenn sie wohl enden will, wenn sie fliegt, dann sind das nicht los. Dann hauen wir doch mal ab wieder, oder? Puff. Da hinten ist der Ausgang. Und hier kann ich nur noch was mitnehmen. Ah. Flug zwei von sechs. Dann laufe ich da noch ein bisschen rum, wenn hier noch mehr zu finden ist. Ich werde mich jetzt nicht zu lange aufhalten, aber... Da noch ein bisschen gucken. Ja. Das glaube ich. Zwei von sechs. Das ist nicht gerade klein hier, ne? Okay. Drive von sechs. Tut mir leid, dass die Zwillinge euch angegriffen haben. Mock, mock, mock. Ihr habt nichts. Okay. Schweini ist auch schon kaputt. Was finde ich hier nicht? Warte mal. Ah, okay. Okay, auch nix. Doch nicht so groß, oder? Ich kämpfe nicht gern. Aber Gott ruft, das soll im Bruch ja am meisten gedacht werden. Hm, okay. So, lass mich mal durch. Danke. Danke. So, was kann ich hier noch im Sack? Also, drei von sechs, da geht noch was. Ja. Das ist nur eine Pflanze. Okay, hm. Gehen wir uns hier mit drei von sechs zufrieden? Ich glaube nicht. Kann ja aber sicherlich nochmal herkommen, oder? Ähm. Tja. Gehen wir mal, wa? Zeit, einfach Köpfe einzuschlagen! Ja, klar. Okay, also, die Auserwählten, die werde ich erst beim nächsten Mal treffen, okay? Ich muss hier erstmal Hörg hier bemuttern. Ich muss das Boot noch holen. Und, wo ist es überhaupt? Das soll ja an der Statue sein. Das ist auch hier mitten im... Mitten im Ländle. Wo ist denn das? Ups, hier, genau. Okay. Voll auf dem Berg drauf oben. Okay, machen wir beim nächsten Mal, ne? Also, bis denn. Ciao! Ciao! Ciao!